Hallo, grüß euch. Ich bin die Monika Mletschnig, ich bin die Projektleitung von der WeCare. Ich darf euch herzlich begrüßen, wie ihr seht, im Hintergrund, wer fleißig arbeitet. Wir richten schon her für morgen und für übermorgen. Da findet die WeCare wieder statt, die Fachmesse für Pflege, Inklusion und Rehabilitation. Es wird mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir haben über 60 Aussteller bei uns. Es ist von jedem etwas dabei. Vor allem, ihr seid jetzt überall aktiv gefordert. Man kann Sportarten ausprobieren, man kann ein bisschen bocken, Vorträge anhören. Schaut vorbei.